So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir sehen hier, gibt's die uralte Begräbnisstätte Teil 4. Und hier gibt's die Überflut den Tunnel Teil 3, die wir jetzt endlich mal erledigen werden. Und deswegen... Halleluja! So, wir werden gleich sehen, wie absolut einfach die sind. Wenn man denn... ...weiß, wie man sie spielen muss. Ha, ha, ha! Äh, geil! Äh, warum lach ich jetzt so? Weil offensichtlich... Ja. Wär ne große Klappe, ne? So. Egal, noch mal. Genau, da gibt's aktive... ...Dings, Bums. Bums, Dings. So. Äh, ja. Dich, nehm ich mit. Dich auch. Jo. Da drüben geht's weiter, allerdings ist da nix. Ausgezeichnet. So, dann gibt's ein Zahnrad. So, hier kann man eine Brücke aktivieren, die wir nicht mal brauchen. Hier könnte man die andere Brücke aktivieren, die wir nicht mehr brauchen. So, dann gehen wir doch da unten mal Wasser sammeln. Ja, Wasser sammeln. Genau, Wasser sammeln. Bam, bam, bam. Äh, ja. Da muss ich auch nicht hin. Da muss ich hin. So, dich nehm ich mit. Hierfür hab ich keinen Schlüssel. Und dann holen wir den. Goldenen Schlüssel ab. So, hier ist nichts. Deh-deh-deh-deh. Ja, du mich auch. Yep. Ähm. So, Teleporter aktiviert. Wir haben ungefähr ein gefühltes 1793 dieses Mal dieses Dingens gesehen. So, da könnte ich zwar was machen... will ich aber nicht. Nein, will ich nicht. So, wir geht's rüber und hier gibt es den nächsten draußen Schlüssel. Naja, ist ja gut. Jetzt wiedersehen. Lift aktivieren und geh auf und wir haben die Beine gerettet. Und da gibt's einen Schlüssel. Herrlich! Um nicht zu sagen schön. So, hier geht's auf jeden Fall ins Verderben. Ja, das ist auch immer ein guter Plan. So, hier müsst ihr auch noch irgendwo einen draußen Schlüssel rumlegen. Ah ja, da unten. Gut, und das sollte man nicht machen. Habe ich ein Continue? Ja. Alles halb so wild. Ich sollte bloß nicht überheblich werden. Nicht so, zumindest. Denn das kann leicht nach hinten losgehen. So, ich sollte den... Ich sollte einen uralten Schlüssel haben. Wie viele habe ich? Einen. Ja. Habe ich. Ach komm. Du mich auch. Tschüss. Und aufwiedersehen, booby traps. Ups. So, und dann kann ich auch relativ einfach diesen wunderschönen Schlüssel einsammeln. Und komm hier hoch. Und da. Und hab den. Und hab dich. Und aufwiedersehen. Und Laser. Und... Wieso hüpf' ich hier eigentlich rum? Fäll' mir da grad ein. Weil dieser wunderbare was auch immer doch nicht so toll ist. Zip. Zip. Und komm. Ach ja. Warte. Äh. Steh. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal... Parmias retten. Aufwiedersehen. Ähm. Weeeeee. Flansch. Flansch. So. Ich mag dich nicht. So. Eines dieser Zahnräder brauche ich ja natürlich hier für diese Brücke. Und... Ähm. Ich guck mal auf der Karte. Da drüben gibt's noch Mias. Da unten gibt's noch. Da unten gibt's noch Mias. Na gut. Weeeeee. Superman. Bäm. Geil. Ah. Weeeee. Wollte auch gar nix zum Ausgehen. Ich wollte einfach nur mal schauen. Bäm. 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 Zack. Zack. Äh, ja. Da sollte ich hin. Nein, komm. Wunderbar. Und damit habe ich hier wieder Anemias gerettet. Bam. Wurde die Schlüsselkarte gebraucht? So, der Lehm. Dann schauen wir doch mal. Ähm. Na gut. Äh, ja. Ich habe Chief Vigum gerettet. Wollte ich eigentlich auch. So, was ich aber noch mehr wollte war quasi hier... ...dieses machen. So, der Lehm. Habe ich gemacht. Noch eine Runde fliegen. Äh, was? Ha, ha. Das ist geil. Ey, Jungs. Jetzt kriegt ihr wieder ein hier, ey. Alter. Ja, ist alles ganz einfach mit Jetpack, ne? So, der Lehm. Wo geht's denn da weiter? Da drüben geht's noch ein bisschen weiter. So. Oh, dum, bum, 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 bum. Bam. Wiedersehen. Hoch und ganz rüber. Bam, 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 bam. Na ja, fast. War ein bisschen zu mutig, hm? Hoch und drüber. Und stopp. Gut. Ähm, da brauchen wir wohl einen kleinen Continue. Zack, hoch, rüber. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Ausgezeichnet So, die rote Karte hab ich Das heißt, wir können den rauslassen Und das bedeutet Ich kann ja ein paar Typis töten Das ist doch immer schön Oh, und ich krieg Kirschen Ich krieg Kirschen, ach, das ist so wunderbar Das Leben kann so schön sein So, wo geht's denn jetzt hier hin? Da unten geht's hin Ähm Sollte ich eigentlich deaktivieren Genau Das sollte ich nicht zu häufig machen Weil die Na, ihr wisst es Bescheid Ich soll das Ding wirklich deaktivieren Okay Also mein letzter Continue Gemütlich Bene Bandit mein ich Spricht Spricht Okay Egal So langsam Ja so nicht, ne So Langsam runter Da rüber Und fallen lassen Puh Gut Dann gibt es da hinten quasi noch das Fallensystem, das immer noch aktiv ist. Wie habe ich denn das deaktiviert? Ui! Na gut, wir werden es rausfinden. Einfach indem ich jetzt hier mal eine Runde rumschlawenzel. So, habe ich noch was im En... Ja, ich habe noch drei Zahnräder. Na, die muss ich doch irgendwo einsetzen können. So, die hatte ich ja schon. Kirschung klingt gut, Kirschung klingt immer gut. Die hatte ich eigentlich auch schon. Bin ich eigentlich auch schon überall dran. Na dann, hopp. Bam, 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 bam. Da war nichts. Da ist meiner Meinung nach auch nichts. Da mache ich bloß diese Dinge hier auf. Hier komme ich dran vorbei oder auch nicht. Genau. Da geht es einfach nur nach oben. Ich glaube, diese Folge wird schon wieder zu lang. Bam. Und da geht es eher ganz viel Spaß wieder zurück. Wunderbar. Wenn ich hier reingehe. Den Schalter habe ich umgelegt. Habe ich den umgelegt? Ich denke, ja. So, dann schauen wir uns doch mal an, was das Ding da macht. Tür geöffnet. Ich verstehe jetzt allerdings nicht so ganz, wie ich diese Fallen höre. Ich denke, da habe ich mir jetzt alte Videos angucken. Oder was? Unten noch, oder? Ja, genau. Genau, da war ich ja noch gar nicht. Zack. Hier deaktiviere ich den Spaß. Wunderschön. Bam. So, und dafür habe ich jetzt Ewigkeiten gebraucht. Mann, 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 Mann. Ich habe diese Karte einfach zu lange nicht gespielt. Nicht zu oft. Äh, nicht zu selten, sondern zu lange nicht. So, Delay. Ja, ich wollte einfach nur hier durchraschen und mal schnell sagen, ja, 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 ja. Pff, alles Kindergarten. So, Delay. Habe ich die Geschichte auch erledigt? Wo sind die nächsten Mias? Nur noch da. Das ist perfekt. Könnte man so sagen. Was ist mit blauen Gegenständen? Die sind auch nur noch da. So, was ich jetzt selber noch nicht so ganz weiß. Was ich auch vorher noch nie gemacht habe, glaube ich. Ist. Okay. Ah, ja, warte mal. Warte einmal. So. Gut, dann fliegen wir doch mal einfach darüber. Wir freien diesen Mia und holen hier das da weg. So, Delay. Und damit müsste ich alle Missionsziele erfüllt haben. Und ich kann in Seelenruhe diese Karte verlassen. Das mache ich natürlich wieder mit meinem super tollen neuen High-End Equipment Power Jetpack. Buh. Bei dem der Saft jetzt aus ist und deswegen nicht den Rest lauf. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Endlich haben wir diese Karte geschafft und wir haben sie wahrscheinlich perfectly cleared. Natürlich haben wir sie perfectly cleared. Also, perfekt bereinigt. What the f? Ich habe alles gemacht, was ich sollte. Die Area müsste perfekt sein. Na gut, dann halt nicht. Wir haben wieder viel zu lange gebraucht. Es gibt heute in den Überlängen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Warte, wir gehen noch schnell in den nächsten Bildschirm. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank und auf Wiedersehen.